Nach der erzwungenen Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland wachsen die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die inhaftierten Weltkorrespondenten Deniz Yützel als deutschen Agenten und warf Deutschland Unterstützung des Terrorismus vor. Man sollte sie wegen Unterstützung von Terroristen vor Gericht stellen. Die Lage ist offenkundig. Jetzt fragen sie uns, warum macht ihr so einen Aufstand daraus? Warten Sie ab, wir haben erst angefangen. Wir werden auf internationalen Treffen alles aufdecken. Erdogan erklärte, Yützel habe sich als PKK-Mitglied einen Monat lang in der deutschen Botschaft aufgehalten. Eine Auslieferung hätten die deutschen Behörden abgelehnt. Die Bundesregierung wies die Vorwürfe als abwegig zurück.